So, hören wir uns mal an, was es schönes Fernsehen gibt. So, Wache wechseln. Man erwischt, ja, das sieht so aus, ne, äh, da können wir eine Granate ausprobieren, wir haben zwar plus eine, genug Munition, keine Lust mehr mit der blöden Brechstange. Da gab's gar nichts. Feichern, zwei Pain-Killer, zack, jetzt ein bisschen Munition, für die Diegel, da sind ja gerade hergekommen oder nicht. Yo, das ist ein ganz cooler Kollege, oh, knappes Ding, wo wir auf das Ding guckt, was wir uns ansehen sollen. Schon sehr nice. Ein Toter an einen Stuhl gebunden lag auf dem Boden des Kesselraums. Captain Baseball Fatboy ist bei Spielen um Leben und Tod und den Superhelden ungeschlagen. Aber ein Sechser-Pack-Rutgeer macht mich jedes Mal fertig. Die Mordwaffe war ein Baseballschläger, der jetzt in einer Larve getrockneten Gutes lag. Daneben lag eine Zeitung mit einem Comics-Trip von Captain Baseball Fatboy. Captain Baseball Fatboy, ich glaube von dem werden wir auch noch einiges hören. Würde ich fast vermuten. Die Tür geht auf. Daneben lag also ein Schlag auf. Oieieieieieiei. Aber ich muss mir mal Nase putzen. Nase putzen. vorsicht so hätte ich vergessen das mikrofon wieder einzuschalten hätte ich ein bisschen doof dass ich hier das mikrofon nicht über mein hotkey bedienen kann aber lässt sich so gerade nicht ändern wirklich überhaupt lang hey kollege das ist die tür wieder in den raum ok ok dann so wenn auch was uns kurz umgucken für was essen und ich kann man nichts einlegen ich habe übrigens das dringende bedürfnis sind diese mikrowelle einen head grab packen ja ich kann noch einmal pinkeler nehmen mal speichern gut mit der kanone heute kann ganz schön sauer werden in dem Sinne kommen wir zum geschäft grünes gegen grüne denn ein grüne euge gegen engels amen eh 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 kollegen was ist denn los hier ja früher hätte das mit einer verhaftung wegen drogen bis jetzt geht ja heute nicht mehr ne wir werden es einfach gleich wann hat ich schlag ein schlüssel was ein riesen schlüssel hahaha was ein riesen schlüssel der bar schlüssel ist das die mit warki gefüllten durchsichtigen zylinder schimmerten grün es war schmutziges geld hat er sich jetzt was eingesteckt hat er sich jetzt was eingesteckt wir können über den mal laden ja wir würden die normalen umlegen aber ja früher hätte das mit einer verhaftung gegen druck oben bis jetzt geendet so äh schlüssel auf dem tisch lag ein schlüssel er ist mehr schmutziges ist sanfurt gerade zuhause während es oft geht etwas eingesammelt und leer die schränke noch ich glaube da war nichts drin ich muss mal richtig speichern naja für den fall dass das spiel abschmiert das ist ja vorhin fast getan dringt pokers was devils was devils beer the hell of a beer ok restaurant ist verschlossen und klaus niemand diesmal aber ein paar painkiller gibt es ja sehr schön die 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 Ähm, okay. Ach komm, süße. Oieieieieieieieiei. Okay, wir brauchen... Ja, wir schon. Äh, wo geht's raus? Wir speichern gleich mal vor der Tür. So. Zwei eiskaltig. Zwei achten. Und jetzt zieh das mir die Hose hoch. Krass, was trifft... Boah. Was hält denn die aus? Ach so. Äh. Pläne. Geht's ja gut. Nur mit dem Geld? Ah, speichern erstmal. Keine Painkiller mehr. Gefällt mir so ehrlich gesagt nicht so besonders. Was? Was? Oh, wie gemein. Ah, komm schon. Ah, komm schon. Nö, 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 nö. Ah, hm. Ich dachte ich kann ein Kind rückt halten. Äh, wo ist die fünf hier? Aber nicht, dass wir ihn überhaupt täuten können. Ach, komm schon. Mein, aber keinen getroffen von denen. Ach, komm schon. Das kann ja nicht so schwer sein. Er ist jetzt auch tot. Scheiße, wir hätten ihn vielleicht speichern sollen. Gleich nochmal speichern. Wir haben keine Bainkeller. Die antike Schalttafel war immer noch in Gebrauch. Okay, gleich. Oh, ja, 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 ja. Sehr geil. Äh, ja, fast ein Knopf. Äh. Schönen guten Tag, was kann ich für Sie tun? Sie wollen zur dreckigsten Minute, die wir haben. Ja, Candy Dawn ist aber gerade leider nicht da. So. Darf ich Sie dafür an unsere Misty? Ja. Sobald Ash fertig ist, können Sie da ruhig mal rüber rutschen. Ja, da müssen ja unsere Kunden, ja. Sobald wir ja nicht verschrecken. Und weil Candy Dawn gerade mal nicht da ist. Ja, da muss halt mal Misty ran. So sieht das aus, wenn Misty fertig ist. Nee, mit ihrem Kunden. So. Echt? Gewinnen wir? Komm, 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 komm. Bitte, 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 bitte. Oh, 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 oh. 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 Ach, komm schon, nein, nee, komm schon, ich will jetzt ja gewinnen. Ich will jetzt so lange hier stehen, bis ich ja gewonnen habe. Wenn das klar ist, ne? Ach, komm schon. Es geht 100 pro. Ach, scheiß Ding. So, mal gucken. Okay, Junkie drinnen rumhängt. Da gibt's meistens noch ein paar Pain-Killer. Oh, nein. Oh, nein. Ja, reagiert ein Sohn, nur weil man verliert. Wem, von wem, von wem hat denn das, oh, kaputt. Oh, so ein Bastard. Real Man Drink, Junkie drinnen rumhängt. Ja. 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 Und wie auf, was, was heißt das, was steht da? Booth and Poor Beers. So, haben wir hier. So, haben wir hier schönes, haben wir speichern. Wir hatten doch vorhin noch einen anderen Weg. Aber wahrscheinlich wird eine verschlossene Tür und rennt völlig umsonst zurück. Aber nachgucken müssen wir trotzdem. Hier war nämlich ein hübscher Knopf, also die Schalttafel haben wir noch gar nicht bedient. Im Hinterzimmer der Rezeption befand sich eine alte Telefonschalthafel, die das Abhören des Telefons zum Kind verspielt hat. Man konnte sich gut einen fetten, schwitzenden Zuhörter mit Kopfhörern vorstellen, der seine Nutten belauscht, wie sie schmutzig redeten und Orgasmen in den Papileins vortäuschten, den Lebensadern von den Norden. Jetzt war jedoch eine andere Art, Stöhnen und Krüchen zu hören. Oh, äh, Gaviti, es ist eine Expertin. Äh, äh, er hat uns alle fertig gemacht, abgeknallt. Willst du mich verarschen? Er ist so ein lausender Bulle. Bitte, du verarschst mich, Mann. Macht ihn fertig. Was ist euer verdammtes Problem? Hallo? Antworten mir! Hallo? Jetzt war es raus. Ein tödliches Virus war in dem korrupten Kreislauf der Stadt freigesetzt worden. So verrückt kann die Wild sein. Max Payne auf der Flucht. Wir fliehen nicht. Max Payne fliegt nicht. Niemals. Ja, guten Tag. Was kann ich für sie tun? Nein, die liebe Misty ist nicht da, aber sie könnte zur Candy gehen. Unsere gute Candy-Dome weiß genau, was sie mit ihm zu tun hat, lieber Kollege. So. Das ist ja eigentlich Kong Whisky. Ähm, ne Kong Wodka. Ja. Na gut, gehen wir mal hoch. Wir wissen also, dass sie, äh, ne Kong Whisky. Makes you go ape. Real man Twin Casey. Na gut. Weißer Tür schon, wo wir langen müssen. Schon gesehen. Was, Club XXX Eingang. Was, was ist das für ein bescheuertes Schild? Ich mein, ist ja nicht so, dass hier jemand hinkommt, ne. Und zeigt auf diese Tür. Ja. Das heißt, die Leute klettern immer hier aufs Dach oder was? Oh, meine Güte, die treffen aber auch, ey. Keiner von denen hat mir den Anstand. Welcome to New York, den Anstand mir meine Diegel mitzubringen. Ne, Launch ist geschlossen, ein Stück Wasser trinken, ein Stück Pong, wir brauchen Painkiller, unbedingt. Die Tür ist zu, oder was? Aber wo sollen wir dann lang? Wir sollen ja bestimmt nicht wieder zurück, oder? Hä? Bin verwirrt. Also so wie meistens, aber ein bisschen mehr gerade. Ja, bitte nicht stören. Messer? Hast du da wrong jetzt offen? Ne. Sehr schön. Ne, aber... Ich verstehe es gerade nicht. Wo sollen wir lang? Ähm... Machen wir schon alles? So! Das ist Sommer für die Tür hier. Haha! Kapitel 5. Lass die Waffen sprechen. Umdrehen, weggehen und die ganze Stadt in die Luft jagen. Das wäre das absolut Beste gewesen. Schätze, so stopp war ich nicht. Lupinos Mietshäuser waren ein schäbiger Sammelplatz für alle Spielearten des Wieners. Ein Schnapsladen empfand bleiben. Was soll man voll mit Buchmachern und Prediter? Und das war noch lange nicht alles. Es war für mich ein Rätsel, dass sie wussten, dass ich ein Kopf war. Sie wussten, dass ich kommen würde. Und deshalb hatten sie alle nervöse Zeigenfinger. Plötzlich war Lupinos Aufenthaltsort hell erleuchtet. Eine Bombe ging in die Luft, verwandelte den Schnee in flüssiges Gold. Die Feuersäule schleuderte die Überreste eines Autos in die Luft. Die Flammen wurden von der Motorhaube eines schwarzen Mercedes reflektiert. Der Straße entlang fuhr unendlich langsam, als hätte der Fahrer alle Zeit fern. Ich konnte den Beifahrer genauer gehen. Es war Vladi, der Kopf der hiesigen Russenmafian. Die Fliege in Don Puccinellos Suppe. Das klingelnde Ohr war das Geräusch eines ausgewachsenen Mafiakrieges. Aber langsam fährt er nun nicht gerade. Ach komm schon. Ja, liegt natürlich perfekt. Eine weitere Bombe explodierte in der Bruchbude nebenan. Eine glückliche Atempause. Die Gestalten drin waren verstört, aber das Glück kommt niemals frei raus. Drinnen konnten noch weitere Bomben ticken und die Kops waren sicher schon auf dem Weg. Jack Lupinos Suite befand sich im obersten Stockwerk. Zumindest war sie dort vor der Explosiven in Orion. Ähm, wir sollen jetzt reingehen und die Bomben entschärfen oder wie verstehe ich das? Ich hab kein gutes Gefühl. Keine Sorgen. Stell dir großes Weihnachten und der Russe ist unser Nikolaus. Verdammt! Ich bin aber nicht der Russe. Und auch noch. So, das liegt ja nochmal. Handy, Öl, Rohren… Da ist mir gleich ne. was ja akzeptieren keine was responsibly for lost and stolen history irgendwas ja wenn eine Nachricht auf Steam kriegt kann aber nicht antworten ich komme nicht auf den Desktop es geht einfach nicht mich hier rein ja da kannst du zehnmal schreiben ich komme kann hier um das die Schlagzeilen waren deprimierend die Schlagzeilen schrieben für mich blutiger Mord der Sturm heute in der Öffentlichkeit alles gut wie ein Schreiben mit der Drücken zur Wand stecken wo die Mordes gesucht wird ich kann antworten ganz klein Augenblick ganz kurz zurück so wie geht man da nicht ins Haus ich will mich erstmal umgucken es sieht aus wie ein zweiter Eingang ich komme nirgends hoch Telefon schade 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 die Munition ich habe schon komplett voll ich gehe mich erstmal umgucken ich glaube das hier unten ist der richtige Eingang wir hier irgendwo durch wird auch nicht aus so bitter lang sollen wir haben es schon probiert ja alles zu mit einem Seiteneingang auch zu brennt eine Tonne einfach so einfach weil sie es kann schön der Himmel wollen wir so feststellen ok guck mal da nirgendwo rein was ist das glitscht was durch die Wand musst du so hä oh sehr hübsch da hinten gibt es Munition und Waffen da können wir nicht rein also ist der Eingang da unten auf jeden Fall der richtige das ist schon mal schön so mir läuft schon wieder die Nase ganz kleinen Augenblick bitte und Okay. Das ist schon kurz vor der Aufnahme. Was heißt leider? Ich habe einen Nasenspray genommen. Die Nase komplett zu war. Ach komm schon. Ich habe dich doch auch getroffen. Oh krass. Nee, 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 nee. Komm. Boah, krass ey. Irgendwas mehr. Oh. Den sollten wir vielleicht mal öfter benutzen. Wir finden ja mal eine Menge davon. Acht Stück haben wir schon. Da ist Junkies. Was? 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 Wir spielen zu schuppen. Das heißt so, wir sollen nicht zurück. decir so. Das heißt nur wir sollen nicht zurück. Wir sollen nicht zurück. und es ist einfach 100 pro da lang ach komm ach komm